Jo und Willkommen zurück zu noch einer Folge Transformers Ja komm lass mich durch Das sieht ja wahnsinnig schick aus alles hier Oh mein Gott Ein Aufzug Geht durch Nö Ach guck mal hier war ich doch schonmal Hallo Und zieh an Oh Steilig Okay Scary Ein Raum das bewegt ohne dass sich eigentlich was bewegt oder dass sich was bewegen soll Nö Naja aber man wird ja doch relativ eindeutig umringen geführt Open you up Oh mein Gott Licht Oh mein Gott Licht Naja gut sei Warm Niemand hält mich auf Oh mein Gott Kein Problem Oh 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 Hm, das sieht ja mal so aus, sonst hätten sie verloren. Perceptor, ich sehe den Arkt vor. Danke der Matrix, es steht noch immer noch. Wichtig, dass die Neutron-Gun-Kontrolle aufhören, Optimus. Decepticon-Trips sind überall in der Umgebung. Ich kann bestimmt etwas upgraden. Die Waffe ist nicht upgrade, die Muske upgrade. Halt, aber nicht die. Die. Upgrade. Upgrade. Oh mein Gott. Das kostet mir ein bisschen viel. Das habe ich noch nicht. Okay. Wir haben noch Kontrolle über die Stadtartillerie. Ein Streik sollte helfen, um den Weg zu entfernen. Oder Sie. Oder ich. Das war das Perimeter um den Neutron-Gun-Kontrollen. Defendet auf alle Kosten. Ja, Herr Megatron, aber ohne die. Destroie ihn! Was merkte der? Nicht heute. Die Reifen zu schlecht finde ich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hui. So, dann mal. Genau wie hier. Hat Spaß dabei schon. Hahaha. Das ist meins. Was ist das? Ja, hier. 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 Junge, stirb, einfach. So, endlich. Ähm. So, was ist das? Mann, Mann, Mann. Ihr nervt aber auch hier. Viecher. Nein, du kannst mich zurückkriegen. Da kann ich es sein. BAM! Junge. Nice. Voll Junge. Das war gar nicht freundlich. Das sieht ja auch irgendwie geil aus. Das war's. Das war's. Das war's. Nob! But, duporst... came. Bleib! Optimus! Ein Decepticon Drop Ship ist inbound! Oh Gott! Decepticon Drop Ship. Das ist natürlich auch nicht. So. Tschüss, Drop Ship. Das muss das Hörste sein. LOL! Was? Wie musste ich den mir mitgeben, Junge? Gucken, wo ich jetzt starten muss. Stimmt irgendwie ganz einfach. Optimus! Ein Decepticon-Dropship ist in Bound! Stimmt! Stimmt! Oh, das ist ein Stimmt. Cool! Ein Schroter. Wenn mein Schild immer komplett runterreißt. Oh! Beine Arte kommt ja an. Was ist das? Ich habe den Neutron-Gun-Kontrollen gefunden. Und ziehen! Zieh! An! Zieh! An! Zieh! An! Zieh! An! Ich bin so stolz von dir! Oh, die Kanone baut sich auf. Was ein Spektakel. Könnt ihr erst sehen, was für ein Monster-Gunsch?